dieser ford s max ist hier zum verkauf angeboten fünf personen haben in diesem großen schwarzen fünftürigen bin platz der van verfügt über zahlreiche ausstattungs details wie esp isofix kindersitz befestigung partikelfilter einparkhilfe bluetooth und vieles mehr der sparsame benziner hat eine leistung von 160 ps und wird über ein schaltgetriebe gesteuert der online-preis des wagens beläuft sich auf 27 869 euro kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen autohaus kökler ständig 1000 ford auf lager größte auswahl bester preis so Bis zum nächsten Mal.